Ach, Flamie. Spar dir dein Mitleid, Adlet. Mora, hast du etwas erreicht? Die Heilige Schrift enthält keinen Hinweis, wie man die Barriere auflösen kann. Ja, heilige Scheiße, das ist schlecht. Es gibt auf jeden Fall folgende Möglichkeiten. Wer die Barriere aktiviert hat, kann sie auch wieder auflösen. Oder? Wenn diese Person stirbt, wird die Barriere sich sicher auch auflösen. Aber weder Mensch noch Kyoma können sie durchdringen. Und was ist, wenn sie von außen aktiviert wurde? Das ist unmöglich. Und es kann sie wirklich nur ein Mensch aktiviert haben? Ja, ganz sicher. Das heißt, einer von uns gehört zum Feind. Einer von uns steht auf der Seite des Dämonengottes. Ich bin ganz sicher, dass Flamie der Feind ist. Wenn wir sie töten, wird die Barriere sich auflösen und damit unser Problem. Moment, ich bin mir sicher, dass Flamie nicht zum Feind gehört. Du nervst mich langsam. Langsam, Shamu. Es sollte sich erst einmal jeder vorstellen. Zu einigen der Gesichter hier kenne ich die Namen noch nicht. Na sowas. Manieren wie bei Tieren, hm? Na gut, wenn ihr meint. Wenn. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020